Dann legen wir mal los und gehen auf die Mission. Hm, der Kater hin. Der eine liegt da und der andere ist weg. Uh, uh. Ach du Scheiße, wie groß ist denn das Areal? Miese Boilerei. Okay. Online Dating. Hm, hm. Na komm ihr zwei. Kommt. Hm hm hm. So, und was seid ihr für welche? Hey, liebst du seltene Gegenstände? Ich kann sie nicht ausstehen. Ist es nicht komisch, wenn Leute wegen solchen Sachen total ausflippen und ich sag das nicht, weil ich selbst keine habe? Lappen. Die Haare cool. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Flisky. Isこれは? Ich denke, los... ... Räsen. ich glaube ich gibt es echt viel zu tun habe ich glaube es sollten doch erstmal zu korea gehen ich glaube ich markiere die gleich mal in der karte ich glaube das spiel ist deutlich größer als ich erwartet habe ist mir egal gegen wen ich kämpfen soll ich will nur töten ich bin am verhungern weißt du wo man gutes essen bekommt ach so du bist wohl neu dann hast du sicher keine ahnung leck mich brauchst du was kredito war kredito war tarina in die tue dann halt nicht Hallöchen. Hast du schon jemanden getroffen, der weiß, was er hier machen soll? Sag mir Bescheid, falls du jemanden findest. Bist du hier auch neu? Lass uns unser Bestes geben. Jawohl. Du bist doch auch nicht. Es ist nicht das, was ich für mich habe. Es ist gut. Du bist doch gut, ich bin sehr gut. Dann fass dich doch alles. Wirklich, wenn du das herumspielst. GGO-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Ich habe auch nicht darüber gelesen. Es gab ein bisschen ein宗教en. Es gab ein sehr guter Verlust. Es gab viele Werte, die wir als Unwahrheit haben. Die Glocke haben wir gebeten. Ich habe mich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Für den Questfortschritt relevante Orte in der Spielwelt sind separat markiert, damit du weißt, wohin du gehen und mit wem du reden musst. Du kannst auch filtern, welche Questmarkierungen angezeigt werden, indem du unter Quest im Hauptmenü einstürzt, dass Quests mit hoher Priorität angezeigt werden. Um die Markierung zu sehen, öffne im Hauptmenü die Karte und sieh dich in SPC Glocken und den Orten auf der Zivilortliste um. Nioh. Wo läufst du jetzt weg? Was ich nicht versteh'n. Heute bin ich, weil es gut ist, aber du kennst dich sicher. Glocken gibt es so wie ein Mero. Hey, was du mit dir gehst, ist Aphasis, oder? Du hast gut geholfen, aber du hast die Rentalschicht ziemlich hoch, oder? Ich bin Type-X. Ich habe nicht mehr Geld von Master. Ich habe einen Type-X. Ich habe das erste Mal gesehen. Ich bin echt. Ich bin echt. Super. Ich kann es auch noch mal sehen. Type-X ist wirklich so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich bin sehr nett und sehr nett und sehr nett. Ja, das ist wirklich toll. Wie ist es das? Wie ist es das? Wenn du sicherer Informationen hast, wird es 10,000,000. Okay, das ist gut. Das Amasis ist Type-X. Aber ich arbeite mit einem Blokker. Wenn man Type-X ist, wird es 30 Megacredit geben. Ich denke, wie ist das? 30 Megacredit? Hmm, nice. Okay, warum läuft die immer weg von mir? Das ist der Schöpf-Terminal. Die Schöpf-Terminal sind gut, aber es ist gut. Es gibt die Schöpf-Terminal für die Schöpf-Terminale. Okay, gehen wir mal kurz. Vielen Dank. Ich habe ein paar Sachen in den NPC-Shop. Ich habe ein paar Reiseite, aber ich habe ein paar Reiseite. Wie geht es? Das ist ein guter Mensch. Ich danke dir, dasselbe. Nein, nein. Und wie ist die Behandlung? Stop. Man kann es nicht verletzen. Entschuldigung, mein Behandlung ist perfekt. Der Behandlung, der 2. Was ist das? Das war's für heute. Das ist der 2-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh. Das ist der 2-Joh-Joh-Joh. Das ist der 2-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh. Das ist der 2-Joh-Joh-Joh-Joh. Das ist der 2-Joh-Joh-Joh. Meine Mami ist hübscher als alle anderen, so genug hübscher als ich. Na dann geh zu deiner Mami. Weißt du, ich habe in dem Spiel angefangen, um stärker zu werden, aber ein Schwächling in der echten Welt ist auch hier noch einer. Ich frage mich, bin ich ein größerer Feigling als die meisten Leute? Nun zumindest bin ich ein größerer Feigling als du. Macht es nicht Spaß, einfach nur rumzustehen und zu quatschen ohne zu kämpfen? Das ist doch nicht schlimm, wenn man so spielen will. Headjet laden. Waffen laden. Waffen laden. Kommt noch was, was es da gibt. Uh, er ist der Hilfe-Kid. Aha. Break-Granate. Granate-Granate. Ich weiß nicht, wie ich das denn ging. Granate-Granate-Granate. Hm? Ich weiß nicht, wie ich das denn ging. Alter, wie teuer wird denn das Zeugs? Ich glaube, ein Erste-Hilfe-Kid. In GGO stehen Gadgets für nutzbare Gegenstände wie Granaten und Erste-Hilfe-Kids. Sie können in Läden gekauft werden. Doch um sie auszurüsten, musst du die Werte-Voraussetzungen erfüllen. Gadgets im Kampf zu nutzen, musst du sie anwählen, indem du mit... Ich steuere kurz nach unten zwischen ihnen und deinen Skills wechselst. Du kannst Gadgets nutzen, indem du eher... Wo muss ich passieren oder was? So, guck mal, was gibt es denn? Also, älter sind die Teile. Ja gut, zu wirklich leisten kann ich mir eh nix. Boah, aber ich habe hier ein Schwert gesehen. Ich will ein Schwert haben. Also, Schiffe. WIEW! Weber! Come on! WIEW! WIEW! So viel leisten kann ich mir ja nicht. Wie denn? Ah. Ja. Es ist sehr久. Aber es ist kein Zeitpunkt für eine Freundschaft. Ich habe mich nicht daran erkannt, aber ich habe mich daran erkannt. Aber ich habe keine Ahnung, dass ich nicht. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr als die Jahre verändern kann. Ja, ich weiß, dass ich alle Schleuchte. Wenn ich mich auf jeden Fall kenne, haben mich viele Frauen zu Forschung. Das ist doch ein Mensch, was ich. Und dann habe ich dich einen Punkt, was ich möchte. Was hast du dich, die LPC-Aphasis-Aphasys aufzuse? Ich habe den Rokummelen in den Reisbeten. Ich habe mich gesehen, wie ich mit den LPC-Aphasis-Aphasis-Aphasis-Aphasis-Apasen. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das ist echt mehr Gerede als Gameplay, das Spiel. Das war's für mich. 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 Nee. Ja, sie wollen. Das war's für mich. Ja, sie wollen. Das war's für mich. 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 Ich muss. Das war's für mich. 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 Okay. Okay. Teen Dad. Nee, Kirito-kun. Wie soll ich mir doch mal Sword Art Online angucken? Das war's für mich. Und warum? Ich muss mir die Serie echt angucken. Ja, Aphosis. Willkommen bei euch. Wir haben mit dem Spiel. Und ich bin der wichtigste Kirito und Kirito. Das stimmt. Ich habe mich überrascht, aber ich bin der Kirito. Willkommen bei euch, Kirito. Ja, bitte. Vielen Dank für's Zuschauen! Das ist nicht schlecht. Ich glaube, dass hier ein Egil ist. Ja, Entschuldigung. Du bist so ein bisschen, wie ist das Wetter? Es ist wirklich sehr cold. Hidde. Ich finde, dass der Schlech-Sinon-Sinn ist, dass der Schlech-Sinn ist. Also, die hier sind alle hier, oder? Es gibt auch noch einige Freunde. Was ist der Schlech-Sinon-Skord-Lon? Ich habe keine Schlech-Skord-Lon. Bis zum nächsten Mal. Ich würde vor allem gerne mal Action haben. Nein, irgendwas habe ich jetzt übersprungen. Egal. Ja. Ja. Ich habe mich bereits überrascht. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Kraft. 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 Ich habe nicht mehr Kraft. Ich habe nur die Umstellung. Aber ich habe keine Kraft. jetzt krieg ich noch eine stadtführung ich will action 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 Ja, Mann. 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 Ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja. 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 Ja.